hallo und herzlich willkommen hier zweiter folge hier hier der mietanhänger für für die kühle ist transport vom stahl zu stahl den kann ich wieder zurückgeben bevor ich die nacht richtig gas gebe höher ne was ist kosten hier ne ich bringe man durcheinander auswählen das ist eine kategorie und dann zurückgehen ja unnötigerweise kostet ja dann werde ich mal futter anmischen für die kühle für beide stelle ich muss hier genau unterfahren dann kann ich von oben den ballen reinkippen oder reinklumpfen lassen und wenn es die lageballen sind dann werde ich ein paar hoch bringen als zum lagern hier fahren wir lang bei gelegenheit noch ein bisschen terraforming machen wir so ein geld haben dann können wir wissen dass wir sind anleihen wir fahren einfach geradeaus durch und hier ist noch nichts drinnen an lagemöglichkeiten also werde ich beide stelle nachher wir wissen bedienen muss ich dann mal sehen nächstes jahr das ist ein ruhig machen ne das ist noch so ein mal stroh bitteln mittig wissen mit 2 mal heu 9000 glaube ich und dann noch mal silage hinterher und dann auch immer heu im kleinen ball übrigens kann man oben sehen bei 934 40 tv 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 vorteil und wurde aber nicht haben wir wollen die lange mischration die andere silage ist noch nicht so weiter ist bestimmt nicht so weit die großen wie sie garantiert nicht so klein vielleicht ja also links vielleicht 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 kriegen wir noch mal heu zu machen aber ich glaube eher nicht butter ist auch voll normalerweise ich kippe noch einen kleinen heuball rein da hat man die kleine presse gehabt und die macht nur 125er ungünstig für großbauern wie mich ich meine 90 tiere also kühle das ist schon eine hausnahme weil die drücken die datei 100% machen wir den ersten voll oder fahren wir durch und machen den zweiten voll die waren ja mal in den ersten voll die waren ja mal in den ersten voll immer noch ein bisschen anpassen ne die grauen stellen müssen weg diese dunklen hier also das braune da muss auch alles betont werden von der farbe her die werkstatt mal sehen die müsste ich auch noch um platzieren irgendwie dass wir den boden planieren können dann neu setzen also bevor man ein gebäude setzt am besten erstmal alles schön einebnen dann ist es am besten hinterher geht es nicht hinterher geht es nicht wir müssen das umschwenken das müssen wir machen also hier kann man auch ganz gut sehen Mineralfutter wird mir fehlen aber dort haben wir auch nicht rechts rechts links rechts links schlapp und Stroh rechts rechts links rechts links mal sehen. Man muss ein bisschen suchen, den Pass an den Punkt zu finden, das ist auch nicht ganz so einfach. Dann kann ich gleich nochmal Schwung Toiletten verkaufen, muss ich mal schauen, ich müsste mal schauen, 0 Uhr, dass wir da genau, mal rausfinden, wie viel, äh, wie Milchproduzenten hier am Tag, ne, obwohl das noch nicht relevant ist, weil dafür hier erstmal, äh, ein Tag da sein müssen, glaube ich. Nicht ganz leer geworden, naja, immer ist voll, ne. Den lasse ich jetzt hier so stehen. Nehmen wir den Milchwagen und bringen wir den Milch zum Block gereicht. Wir machen mal erstmal so, dass der erste Stahl zur ersten Block gereicht geht, also hier rechts und dann im zweiten Stahl, daneben die linke, ne. Das ist jetzt ein, das ist ein Güllefass, oder, äh, ja, Güllefass, müsste man bei Gelegenheit zu BGH fahren, wenn da jetzt was Platz frei ist, ne, soll man dazu sagen, das weiß ich nicht genau, das ist jetzt mal eine lange Folge gewesen. Die hat ja immer, auch immer, an die, die Lage geknappert, ne, die hat ja keine gehabt, also im Prinzip, äh, keine verarbeitet, ne, also zu wenig. Der Verbrauch war zu gering, deswegen brauche ich auch ein, ein größer BGH, ne. Ja, 1008, nicht viel, aber, mal sehen, jetzt nicht her. Probier's mal aus, im anderen Start wird noch nicht viel Milch da sein, oder gar keine Milch. Probier's mal. Ich verdiene mein Geld ja übrigens mit Kühen, ne, und die Lage verkauft aktuell. Das, das will ich ja ein bisschen erweitern, in dem Sinne, dass ich da, äh, ja, mit Weizen anfange, als erstes, und dann mal schauen, äh, man muss die BGH leisten können, ne, dass wir unsere, erst mal die Grasphilade selber, äh, für werten können, und daraus, äh, Geld zu bekommen und Energie, in der Sekunde dann her auch die Gärse verarbeiten können. Hier gab es zwei, ein, acht, zwei, sieben, ja, immerhin, ne, he, he, so ein Anfang. Das ist nicht viel, aber man freut sich. War aber zu erwarten, dass da, äh, nichts, äh, nicht viel da ist, oder gar nichts, um mal Läuse hätte gar nicht stehen können. So, die 28 werden kaum, ins Gewicht fallen. Das macht aber nichts, dann können wir gleich mit den Anhängern kommen. Unsere Diener sprechen gleich mal. Erdbändenverkauf, ne, und, die wird ein bisschen Butter, ein bisschen, äh, Milch, geht aber auch Minusrutschen hier. Null-Uhr-Kopp-Garantiert die Abrechnung, und da heißt, oh, ich will mal schauen, dass ich mal bei Gelegenheit einen größeren Ladeband kriege. Ich denke mal, wir werden bald noch größere Mengen. Nicht so schnell fahren, ne. Und die wollen wir jetzt mal an, hin. das macht ja immer die fehler aber dann weiß gar nicht warum dass irgendwas drunter liegt wollte ich eigentlich mal gucken dass ich wollte ich wollte ich so muss ich aussteigen sonst ab lange wollte ich nicht gut ladung gesichert jetzt können wir aus der molkerei fahren und die anderen paletten aufmachen sind zwar nur drei stück aber die butter und die milch und käse bringt ganz gutes geld das können wir weg machen oder kese käse das ist ja nicht jeden tag mal sechs fahren Ja, wenn wir Weizen haben, können wir auch Hühner anschauen, ne? Wie der E und R sticht zusammen. Einsteigen wollte ich nicht. Jetzt habe ich noch ein zweites Mal absichern, zumindest ein da, wo er noch nichts war, hier noch neu. Ein bisschen mehr zu beschieben, ne? Abgesichert, ne, kann nicht wundervoll. So, auf zum Supermarkt. Wenn man so viele Erdbeeren können die gar nicht mehr verwerten, also. So ein kleines Örtchen hier. Das geht ein bisschen schlecht, ne? So. Waschenbund hat er mal wieder, hat er wieder mal. Dünger streuen muss ich nächsten Tage. Das war das erste, was ich machen muss. Nächsten Tag. Langfristig. Ich habe die Zinsen zahlen können, ne? Ja, bin verkehrt. Da muss ich mal eher eine Runde drehen. Wieder zum Kreisverkehr. Das ist mal geradeaus. Da ist aber noch ein Geschäft hier. Können die morgen früh erperren gleich auslagern, ne? Also Geschäftsdinger machen. Die kosten für... Erledigt, ne? 19.000, 20.000 Euro. Schafft ja, ne? Mal die Bote weg. Egal, das war ne. 23.000. Können sie sich morgen ein bisschen steigern. Mit der Milchproduktion, ne? Wenn die Kühe, die neuen Kühe auch Milch geben. Dann haben wir... Ja, hat keiner gesehen, ne? Fahrerflug, ne? Aber hauen wir ab. Das wollen wir lieber nicht tun. Reell eben, ne? Das kann teuer werden. Noch so ein Fall. Oh, Versicherungsfall. Materienfall, lieber. Das wird teuer. Und noch ein Fall. Oh je, noch ein Schluck weg. Nicht aufstehen geblieben. Okay. Aber die Schilderstellen sind ja wieder auf. Am nächsten Tag in der Laden ist sie wieder da. So. Schnell zurück und eine Kuh kaufen. Eine Kuh muss man kaufen, dass der Stall voll ist. So. Dann können wir gleich mal auf Zeit beschleunigen. Wir haben Futter. Sie haben Wasser. Wasser geht automatisch. Äh. 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 Automatisch geht's aber nur bei den Kühen. Bei den... Da schön wie was da. Beim, äh... Treibhäuser nicht. So. Da ist der Stall voll. Die Bayern ist gut. Man weiß ja nie. So. Was haben wir hier? Achtz Monate. Also jetzt haben wir verschiedene Kategorien. Also jetzt haben wir verschiedene Kategorien. Normalerweise müsste man das. Das ist blöd. Also jetzt schon wieder wertvoller geworden ist die eine Kuh. Das scheitert sich. Also Milch haben wir da. Ne. 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 Tagesende zu steuern. So. Seine Mietkosten, Besitzkosten, Kredite und Produktionskosten. Ja. Das war's ja schon für heute. Vielen Dank für euch rein schauen. Tschüss. Tschau. Ja. Schmeißen wir morgen wieder. Am Montag. Und vor allem schönen Restaurant. Tschüss.